Hi und herzlich willkommen hier bei MRTV. Das hier ist heute bei mir angekommen. Das ist das VR Brothers Elite Strap für die HP Reverb G2. Und was dieses Ersatz Headstrap macht, es bringt hier einen Drehknopf hinten an. Das ist natürlich toll, denn ich bin kein großer Fan hier von diesem Klettverschluss. Wollen wir mal schauen, wie gut das ist. Das hier habe ich von Amazon.com gekauft. Es kostet 45 Dollar und dann nochmal 30 Dollar drauf für Shipping, also für den Versand. Ist schon wirklich recht teuer und in diesem Video werde ich das Ganze mal unboxen oder unbaggen, das Ganze installieren und euch dann sagen, lohnt sich der Import oder nicht? Also bleibt dran, schaut das ganze Video, denn genau damit geht es jetzt los. Willkommen zurück hier nochmal bei MRTV. Mein Name ist Sebastian Ang und auf diesem Kanal hier geht es um die virtuelle Realität. Ich bringe euch unabhängige und ehrliche Reviews zu allen VR-Headsets, zu VR-Zubehör wie dem hier und es gibt die neuesten Neuigkeiten. Also wenn ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das und klickt aus Glockensymbol, damit ihr keins meiner Videos verpasst. Und jetzt, bevor wir das auspacken, werde ich erstmal das Original nochmal aufsetzen, einfach um den direkten Vergleich zu haben. Und ihr wisst, die G2 ist wirklich sehr bequem. Da gibt es nichts zu sagen, nur eben hier mit dem Klettverschluss, das ist nicht ideal, wenn man sich die Reverb G2 mit mehreren Leuten teilt. Also ansonsten hier vom Komfort her kein Problem, meine Ohren berühren nichts, fühlt sich alles richtig gut an und ich bin gespannt, ob sich hier die 45 Dollar plus 30 Dollar Shipping lohnen. Und das werden wir jetzt mal testen. So kommt das Ganze zu euch. Da war natürlich noch ein Karton drumherum, aber auf dem stand gar nichts drauf. Also total neutral, total verpackungsneutral verpackt, würde ich sagen. So, das ist das gute Stück. Und ja, das habe ich schon mal gesehen, muss ich sagen. Das kommt mir sehr bekannt vor. Und zwar habe ich das Ganze schon mal in weiß gesehen und da war es aber noch für die Oculus Quest. Aber genau, genau dasselbe. Das war nun dabei hier ein Schraubenzieher, aber sonst nichts, keine Anleitung, gar nichts. So, jetzt zeige ich euch das mal. Das hier ist das Headstrap für die Quest, das ich auch hier auf dem Kanal mal getestet hatte. Das kann ich mal hier verlinken. Und das ist genau dasselbe, exakt dasselbe, nur in weiß. Und auch hier, da macht man einfach nur ein paar Plastikteile ab, genau. Und dann hat man exakt das, was man hier beim VR Brothers Elite Strap hat. Das ist exakt das Gleiche, nur halt in schwarz. Nicht schön, aber vielleicht passt es ja perfekt an die G2. Übrigens hier, bei AliExpress kann man es kaufen für 16,70 Dollar in weiß. Also wenn ihr es unbedingt haben wollt, ihr könnt es bei AliExpress viel günstiger bekommen. Aber jetzt schauen wir erstmal, ob das Ganze überhaupt an die G2 dran passt. Also erstmal hier die Kopfhörer abmontieren, das ist absolut kein Problem. Dann das Original Headstrap hier abmachen. Das ist ein kleines Problem, da muss man ein bisschen fummeln und ja, dann geht es aber auch. Aber das da wieder reinzukriegen, wenn man dann nicht zufrieden ist hier, das könnte wirklich schwer werden. Und jetzt der Moment der Wahrheit und es passt nicht. Es passt nicht. Unglaublich. Oh, for fuck's sake. Genau. Da habe ich ein bisschen geflucht, als ich das aufgenommen habe. Es ist unglaublich. Also es ist definitiv nicht für die G2 gemacht. Das ist absolut schrecklich. Ich habe es dann versucht, hier mit Gewalt reinzudrücken. Das geht dann eher so schlecht als recht. Und ja, da habe ich mir dann ein bisschen hier die Riemenhalterung kaputt gemacht. Unglaublich. Einfach nur schlecht. Also sowas hatte ich bis jetzt auch noch nicht erlebt. Und da ich natürlich das trotzdem gerne da dran anbringen wollte, habe ich das Ganze ein bisschen getrimmt. Das ist ja halt nur so Plastik. Und ja, das kann man natürlich machen. Aber schade, dass man es überhaupt machen muss. Dann ging es halt natürlich so halbwegs. Dann passte es. Aber nee, das kann ich also wirklich keinem empfehlen. Wirklich schlimm. Und obwohl ich es schon getrimmt hatte, passte es immer noch nicht perfekt. Naja, gut. Dann wieder Kopfhörer dran. Auf beiden Seiten natürlich. Denn ich wollte dem Ganzen natürlich trotzdem noch eine Chance geben jetzt, einfach um zu testen, ob das vielleicht doch unglaublich bequem ist. Und das werden wir gleich zusammen austesten. Na ja. Ja gut. So sieht das Ganze also aus. VR Brother Elite Strap haben wir es mal genannt. Aber es ist definitiv nicht für die HP Reverb G2 gemacht. Das ist es also. Das VR Brothers Elite Strap für die HP Reverb G2. Ja, aber nicht wirklich. Denn dieses Ding hier ist nicht für die HP Reverb G2 gemacht. Das hat hier gar nicht gepasst. Ja. Ich musste hier mit Gewalt das reindrücken, musste das hier noch ein bisschen trimmen. Und es passt immer noch nicht richtig. Und ich habe hier sogar das hier kaputt gemacht. Leider die Original G2. Also ich bin absolut sauer sogar auf diesen Verkäufer, auf Feuer Brothers. Ich kann es jetzt nochmal aufsetzen. Ja, genau. Genau. Wieder viel zu groß. Ja, also für Riesenköpfe vielleicht. Ja, für so ein Lord Helmchen. Aber das ist echt nicht in Ordnung. Und ich habe schon einen wirklich großen Kopf. Ja. Aber selbst mir ist das zu groß. Und meine Ohren. Ja, die stoßen hier wieder dran. Genau wie damals, als ich das auf der Quest hatte. Und wenn man nach oben guckt, dann gräbt sich das hier unangenehm hier in den Nacken rein. Also so ein Scheißteil. Sorry. Aber ich habe da jetzt 45 Dollar für bezahlt. Ja, und noch 30 Dollar, um mir das nach Deutschland schicken zu lassen. Aber gut. Ja. Ich habe es jetzt gemacht, damit ihr es nicht mehr machen braucht. Damit ihr euch das Geld sparen könnt. Und das ist ja auch was Gutes. Ne? Aber. Oh Mann ey. Und das Problem ist, es wird jetzt auch super schwierig oder sogar unmöglich, das alte Headstrap hier wieder drauf zu machen. Das wird sehr schwierig. Oh Mann ey. So ein Betrug. Kann man nicht anders sagen. Also holt es euch auf keinen Fall. Es sei denn, es ist okay für euch, dass ihr hier das Kunststoff so trimmt, dass es reinpasst. Es ist okay für euch, ja, dass das nicht für die G2 gemacht ist. Und es ist okay für euch, dass ihr da zu viel bezahlt. Ja. Aber vielleicht habt ihr einen absoluten Riesenkopf. Ja. Noch viel größer als mein Kopf. Und vielleicht braucht ihr unbedingt dieses Rad. Ja. Weil das geht schon. Ich quietsche ein bisschen. Aber das geht an und für sich schon. Aber ansonsten hier die Qualität von dem Headstrap hier, auch von diesem Band hier, ist auch viel schlechter. Also ne. Ne Leute. Nicht kaufen. Schade. Wirklich schade. Oder ne. Nicht schade. Ärgerlich. Richtig ärgerlich. Ja gut. Also da muss HP einfach mal, ja, ihre eigene Zubehörteile bringen. Ja. Also von HP. Die haben ja auch eins gemacht mit diesem Drehknopf für die Omnicep. Warum nicht das einfach mal als Zubehörteil verkaufen? Würden sich bestimmt einige kaufen wollen, ja. Oder auch hier dieses Face Gasket. Da warten wir auch noch auf einen First Party Zubehörteil direkt von HP. Warum kommt das nicht mal? Also die müssen da wirklich viel besser werden. Und das verstehe ich nicht. Naja, okay. Das war es jetzt also für dieses Video. Nicht kaufen den Scheiß. Ja. Und ja, ziemlich entsetzlich. Aber hoffentlich hat euch das was gebracht. Nämlich, dass ihr wisst jetzt, dass ihr das nicht kaufen sollt. Ja gut. Das war es für dieses Video. Wenn euch dieses Video jedenfalls gefallen hat, dann macht auf jeden Fall Lärm für den Algorithmus. Ja. Also ein Daumen nach oben wäre toll. Und auch ein Kommentar. Denn wenn ihr viele Kommentare schreibt, finden viele Leute dieses Video und den Kanal. Und dann wissen sie auch, dass sie diesen Scheiß hier nicht kaufen sollen. Ja. Also das ist auf jeden Fall gut. Dann, wenn ihr noch mehr Videos von mir haben wollt. Hinter den Kulissen Videos. Und sowas hier zum Beispiel noch eher als die Allgemeinheit. Dann werdet ihr Mitglied der MRTV Elite unter mrtvelite.com. Das ist mein Patreon-Kanal und so finanziere ich diesen Kanal hier. Kostet nur 1 Euro und ist definitiv das Geld wert, würde ich sagen. Oder, liebe Patreons, schreibt es doch mal unten drunter. Wenn ihr nicht extra nach Patreon gehen wollt, könnt ihr auch Kanalmitglied werden. Also unten einfach auf Mitglied werden drücken. Das ist ungefähr dasselbe. Ja, das war es. Wenn ihr den Kanal hier noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das jetzt bitte. Und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr keins meiner Videos verpasst. Ich freue mich drauf, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020